... dass das funktioniert? G Gava? A B A Ich meine, ich verstehe den Prinzip, wo wir hinwollen, aber was hat Niko denn dazu zu sagen? Niko lächelt. Die findet man musikalische Darbietung total super. Äh, kann ich den Hammer nicht auf... Nein, wir haben heute Silenzio-Tag. Heute ist Ruhl. Wir haben Spaß am Spielen. Na, das war ja was. Was war das? Niko? Aber das sind jetzt die gleichen Sachen wie vorhin. Perl und spirituelle... Fällt dir was ein wegen Glockengeläut? Da bin ich leider überfragt. Natürlich. Aber hast du gehört, was Dwayne Perl vorgepfiffen hat? War es Ave Maria? Ja, das ist es. Warum singst du es nicht, Niko? Lieber fall ich tot um. Really? Wie, 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 wie soll ich denn das... Äh, warte. Warte. Lass mal, lass mal nochmal, lass mal nochmal los. Dwayne? Hi, Dwayne. Hey, Todd. Hey, was Sie da vorhin gepfiffen haben, kam mir bekannt vor. Natürlich. Das ist Ave Maria von Schubert. Als ich Perl den Hof machte, war sie viel mit der Kampanologen-Vereinigung unterwegs. Das war Perls Lieblingsmelodie. Haben Sie die schwarze Madonna gesehen? Na, logisch. Wegen der kleinen Dame sind wir doch hier. Obwohl Perl sie in ihrem Zustand ja kaum bemerkt. Ich, ähm... Verzeihung, Perl braucht mich. Ist okay. Pfeifen nochmal, bitte. Oh mein Gott. Ich, ich, ich muss jetzt das Ave Maria... Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Oh ja. Ich versteh's. Ich versteh's. Nee. Jetzt... Äh... Ich hab nie Noten lesen können. G... G... Ich... A... Okay, wir machen... A... Mist. Okay, warte. A... G... B... B... A... Hört sich das nach Ave Maria an? Sie muss aufmerksam gemacht werden auf die Madonna und hat was mit der Molodie auf sich, denke ich. Ja... Ich soll jetzt hier irgendwie das Ave Maria aus Farb... Eimer, Feuerlöscher und Ölfass... G... A... B... A... Alles okay, Gras Hühnchen. Was macht ihr da gerade? Ich mache gerade Ave Maria Musik. Ave Maria Musik. Und das erkennt man auch. Ich habe gerade die Melodie im Kopf. G... A... B... A... I don't know. Mensch, hattest du keinen Musikunterricht in der Schule? Doch. Aber die Lehrer sind an mir verzweifelt, weil ich immer nach Gehör gespielt habe. Ich kann keine Noten lesen. Und... Ave Maria von Bach... Von Schubert. Ist es ein Unterschied? Gras Hühnchen. Von Schubert spielen wir. Das hört... Bitte, das hört man doch. Eindeutig Schubert auf Harbeimern, Feuerlöscher und Ölfässer. So hat Schubert damit auch angefangen. Der stand in der Kirche, hat da rumgehauen und so kam er nämlich auf das Ave Maria. Kann ich... Zeig nochmal die Noten. Das da ist... G... G... Ich bin der Meinung, G ist der Anfang. Wenn ich keine Hemmung hätte zu singen, würde ich jetzt vorsingen. Aber ich habe eine Hemmung. Deswegen, ich habe die Melodie im Kopf. Also G... Dann haben wir hier... A... Ein hohes A... A... Nochmal ein A... B... Und B... G ist das Fass. A sind die Farbeimer. Und B ist der Feuerlöscher. Du meinst Gaga? G... Fragezeichen, okay. Ja, ja, das... Ich würde auch einfach nur Gagga machen. G, B, pass auf. G. B. Ich mach's mal. G. A. G. B. Habe ich... Habe ich irgendwas... Ich hab aber auch nix übersehen, ne? Dass ich irgendwo... Nein, das muss ja hier wenn auf dem Gerüst sein. Darum ist das D auch höher als das A. Nee, warte. Das ist... Es sind doch beides A, ne? A. Genau. A, G, A, D, A, G. Also das A... Der Unterschied. Die hören sich beide gleich an. A. A. Pass auf. Ich versuch mal nochmal von Grashöhnchen die Variante. A, G, A, D ist aber hier das B, ne? Ist doch ein B. B. Oh, das ist... B. Okay, das ist... Ich versuch's nochmal. Also, pass auf. A. A, G, A, B, A, G. Pearl, ich hab dir grad ein himmlisches Ave Maria gespielt. A, G, 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 A Kein angenehmer Klang. Dann gibt es auch Sinn, dass B ist höher als Gagback. Gagback, okay, mir fehlt eigentlich eine Note am Ende. Genau, und das habe ich auch das Gefühl. Aber ich werde jetzt mal Major-T-Beutels-Variante versuchen. Also, Gagback. G, A. Oh, Mist. Entschuldigung, warte, nochmal. G, A. G, B. A. Jetzt mal ehrlich, wenn man das alleine spielt, also ich habe euch jetzt noch mit dabei, die miträtseln, aber würde ich es alleine spielen? Ich würde spätestens jetzt zur Lösung wahrscheinlich greifen oder das Spiel in die Ecke hauen. Ich weiß es nicht. Wir können nicht mit Pearl reden. Wie kriegen wir, wir müssen, oh Mann. Da war ein wackeliges Gerüst voller Werkzeug und Zubehör. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, oh, warte mal, wenn ich, Moment, kann es sein, dass ich gegebenenfalls... Warte mal, kann es sein, dass ich gegebenenfalls etwas Terpentin in den Farbeimer schütte, dann wird er nämlich voller... Oh! Ich glaube, wir haben unsere Buchstaben... Ich glaube, wir haben unsere Buchstaben. Hopp. Ich glaube, wir haben unsere Buchstaben. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Ja, welche Buchstabe ist das denn jetzt? Fis. Fis. Okay, wir haben jetzt Fis. Fis. G. G. A. Oh Gott. Ja, Fis ist unter G. Ich muss mir gerade die Melodie wieder im Kopf, er pfeift ja auch nicht mehr. G. Fis. G. B. A. G. Fis. G. 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 Wow, ein echter Volltreffer, Nico. Jupp, dieser Mob ist schon was Besonderes. Lass mich mal machen. Boah, Nico, ey. Boah. Die steht die ganze Zeit, Kritz, die hat sich bestimmt gedacht, ja, ja, nee, nee, ich weiß schon, wie das geht, aber ich lass mal. George, schlag du mal mit deinem Hämmerchen da rum. Ey, Nico. Ich spiele, seit ich acht bin, Instrumente, auch das kommt mal zugute. Ich hör nur Musik. Nico, echt. Aber danke für eure Hilfe. Boah, die hat sich bestimmt, deswegen hat die so gegrinst. Die wusste, so wie du das machst, das klingt ja voll lächerlich. Und gleich zeige ich dir mal. So. Er hat ja auch einen Krattenvogel. Typisch Frau. Genau. Mann, mach mal. Irgendwann kommst du, brauchst du mal eine Hilfe. Ja, ja. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, super. Zeig's doch nochmal. Zeig's doch nochmal. Ich bin Loser, du bist... Genau, George versteht das auch. Drehe den Rücken zu. Das Spiel ist so, so unrealistisch. So, warte nu. Hier, Pearl. 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 Genau, wir gucken jetzt raus. Pearl. Pearl. Psst. Sie möchte nicht gestört werden. Hi, Dwayne. Hey, George. Das hatten wir doch alle schon. Also, ich will nix sagen, aber George ist andeutlich... Verzeihung. Pearl braucht mich. Tschüss. Tschüss. Ich mach gleich... Liebes. Ich mach gleich das Bucho 4. Wenn das so weiter geht. Geh doch mal, George. 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 Ich konnte nichts Ungewöhnliches daran erkennen. Okay. Können wir... Können wir... Können wir hier nochmal... Brennt das Ding denn hier noch? In dem Becher lag ein bisschen Asche. Ich dachte kurz über meine eigene Sterblichkeit nach. Aber dafür war jetzt irgendwie keine Zeit. Okay, das Zeug ist schon verbrannt. Wir brauchen irgendwas Reinigendes noch. Verdammt. Sie muss die... Hat er vorhin gesagt. Sie muss die Madonna noch betrachten. Aber wie kriege ich sie dazu? Die schwarze Madonna war eindeutig der Mittelpunkt dieser Kapelle. Ich... Ich werde jetzt nochmal den... Den... Die... In dem Becher lag ein bisschen Asche. Genau. Ich dachte kurz über meine eigene Sterblichkeit. Nein. Okay. Ich werde jetzt nochmal diese Holzspäne da rein tun. Ich füllte die Späne in den Becher. Nur die... Das verbrennt ja auch so schnell, ne? Ach nee. Ich hatte eine Idee, aber das wird nicht funktionieren. Ich zündete die Späne an. Sie dufteten irgendwie ein wenig nach Sandelholz. Die Späne in dem Becher glommen vor sich hin. Okay. 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 Jetzt kokelt es. Jetzt gehen wir zu, 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 zu Pearl. Bevor es wieder... Hier, du... Nico, zeig nochmal deine... Bitte geh doch. Ich bin gerade gestresst. Pearl. Pearl, bitte. Bitte, Pearl. 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 Sie möchte nicht gestört werden. Hi, Dwayne. Hey, George. Sag doch Pearl, bitte. Ich klicke mal. Okay. Oh, ist das Ave Maria? Ja. Das liebt Pearl. Super. Bitte. Bitte. Mach doch irgendwas. Was wissen Sie über die Santa Cowa? Pearl ist die Expertin. Nicht ich. Sie weiß alles, was man über die... Ja, aber, 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 aber... Wie geht's? Wie steht's? Mir? Bestens. Pearl allerdings... Was haben Sie nochmal gepfiffen? Das ist Ave Maria von Schubert. Es ist kein Pömpel, es ist ein Mob. Verzeihung, Pearl braucht mich. Aber ich hätte Bock zu pömpeln. Gratio, die hätte voll Bock zu pömpeln. Na, na, liebes... Ich... Man... Pearl... Irgend... Irgendjemand. Bitte. Ich brauche selber gleich Hilfe. Was um Gottes Willen... Jetzt ist wahrscheinlich mal eine... Warte, warte. Bevor ich hier dran vorbeigehe, nimm erstmal Asche mit. Äh, äh, Holzspeen mit. Oh Gott. Mensch. Ich bin am überlegen. Ja, der hat schon wieder... Oh. Ich brauche hier irgendwas. Das Medaillon stecke ich jetzt vielleicht in... Das wäre nutzlos. Das weißt du gar nicht. Ich sprühe... Nee. Das stinkende Resierwasser... Brüte die Späne mit Brä. Köstlich. Das схge der Späne mit Brä. Ja, der hat schon wieder... Das china-